Noch eine Woche bis zur WM und langsam wird es voll am Zuckerhut. Fans aus aller Welt erobern Brasilien. Und sie alle haben eines gemeinsam. Sie hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden ihrer Mannschaft. Wir hoffen zumindest auf die nächste Runde und danach sieht man weiter. Wir versuchen so weit zu kommen wie möglich und werden unsere Mannschaft unterstützen. Wir wünschen uns eine schöne WM für alle und zwar eine friedliche für alle. Wird Argentinien etwas zeigen? Das hoffen wir. Das Finale wird zwischen Argentinien und Brasilien entschieden und Argentinien gewinnt. Wir Niederländer haben nach der letzten WM hohe Erwartungen. Es ist wirklich packend. Gerade Rio de Janeiro platzt langsam aus allen Nähten. Rund zwei Drittel der ausländischen Brasilien-Besucher werden sich in der inoffiziellen Fußballhauptstadt einquartieren. Auf die Einheimischen hat sich das Fußballfieber bisher aber nicht übertragen. Rund zwei Drittel des Haugen auf die Einheimischen Schuss, 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 Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020